Hallöchen, wir sind wieder bei Escape from Tarkov, bei mir ist Ralle. Hi, Escape from Tarkov. Hey, Escape. Wir sind auf Woods, glaube ich. Aber wo? Ah, ich weiß wo. Alles klar. Eastern Rocks. Ja, ja. Jo, und wir müssen eigentlich zum Sägewerk. Eigentlich müssen wir zum Sägewerk, ja. Was hat denn der für ein komisches Visier? Wenn wir es hier hinlegen, kommt keiner. Ist so, ne? Die Waffe habe ich im letzten Raid übrigens gelootet von einem Spieler. Und ich habe noch nicht einmal mit geschossen, also mal gucken, wie die so ist. Die ist schon fleißig geschossen. Ja, wo gehen wir lang? Berg hoch und dann am Berg, zum Berg und dann Sägewerk? Hier rüber und dann links runter, ne? Aber dann rennen wir jetzt Richtung Schüsse so ein bisschen, oder? Oh. Aua. Von wo? Weck von mir. Oh, Junge. Dass sie durch die Büsche durchschießen können. Hab ihn. Hier am Baum habe ich ihn erschossen. Okay. Okay. Ich gehe mal hier schnell hinter den Stein, einfach in Deckung. Oben rechts irgendwo. Richtung Zaun. Scaf. Und links. Oh. Alter, voll den Leck gerade. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay. Eier. Hier bestimmen sich ja welche auf Distanz, ne? Ich habe das Gefühl, ja. 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 107. Da oben snipet einer. Das ist dann irgendwo im Wald. Alter, wo hänge ich denn hier? Ich hänge hier an dem Ast. Alter. Die Wand langen und gucken, wo er liegt. Können wir machen. Bisschen Risiko, bisschen Spaß dabei. Eigentlich wollen wir nur eine Kamera platzieren. Ich hoffe, dass du eine Kamera ist dabei. Ja, ja. Ich habe noch zwei. Hier geht es nicht rum. Okay. Kein blauer Laser war drauf. Mega. Also leise pirschen wir uns gerade nicht an, oder? Nee. Nee. Ich frage es, wer weiß, wie weit das weg war. Vielleicht auch in Richtung Dorf geschossen, ne? Ja. Langsam zum Berg und dann zum Sägewerk. Ja. Das ist echt oben, ne? Schlägt das hier ein? Hier oben, es hört sich an, als wäre es hier in einem Zaun, ne? Irgendwo. Komm, wir gehen Richtung Sägewerk, oder? Nein. Ja. Ich glaube, ja. Da kann man ja durchgehen. Oh my goodness. So, wir wollen eine Kamera platzieren, am Sägewerk, Sätze mischen. Die auf Interchange haben wir... Das ist gut. Findet man nicht so oft, merkst du. Interchange, die Kamera haben wir in der letzten Folge installiert. Und danach müssen wir noch auf Customs. Also, Icke, Ralle hat das schon gemacht, glaube ich. Ich hab das schon gemacht. Ich hab mir die, äh, leichteste bis zum Schluss aufgehoben, wie wir gerade gemerkt haben. Ich hab die Quest auch gerade erst abgegeben. Nahe des Bergs lang, oder durch den Wald? Hm. Ich glaube, hier so durch den Wald ist erstmal ganz... Ja. Kann ich ja so rechts ein Stück halten. Weil da vorne können ja rechts auch immer Scavs spawnen, ne? Oh, das hört sich an, als wäre es irgendwo Sägewerk. Wir müssen ja nur auf die andere Seite vom Sägewerk, ans Wasser. Hm. Hast du mich gelasert? Ich hab dich gelasert, ich hab dich markiert, ja. Vielleicht kommt der Artillerieschlag, ey. Dafür bist du aber ziemlich dicht bei mir dann, glaube ich. Nein, wenn ich laufe, musst du mitlaufen. Ich halt mich an dir fest, das kann ich dir sagen. Scav irgendwo links? Rechts auch noch, rechts auch noch. Das krieg ich spotty die nur für dich. Er ist der Spotter. Beam me up, spotty. Wo ist er denn, ey? Ach da. Muss auch deiner sein. Ich stopfe einmal nach. Aber ich muss auch nachladen. Besonders finde ich die Waffe ganz cool. Also, die schießt auf alle Fälle schneller als ich. Hm. Guck mal hier links durch, da, ne? Ja. Muss ja mal kurz merken, welches Visier der hier eigentlich drauf hat. Das finde ich ganz cool. Compact 2. Zweifach Visier. Das finde ich nicht schlecht. Da hast du gemerkt. Ich glaube, ich bleibe mir im Rücken zum Sniper, ne? Weil das Segelwerk ist ja schon nach vorne links. Ja. Ich sehe aber nichts. Den Sniper-Dude meinst du, siehst du nicht, ne? Ne. Ne. Links lang, wenn du ans Wasser möchtest. Hm. Aber du möchtest nicht, du musst ja, ne? Das ist ja der Unterschied. Wir kleinen, aber fein. Wir wollen das doch. Und wir wollen alles töten, was hier sonst noch rumkreucht und fleucht. Hier. Ja. Haben's, gell. Vielleicht haben wir ja auch Stu-Man. Schuss auf mich. Von wo? Schätze Segelwerk. Wieder so'n Geister-Skev, den wir nicht sehen können. Da ist er. War'n Spieler, war'n Spieler. Rechts hinterm Stein. Da läuft er. Ich will mich wieder jetzt keinen Skev geholt haben, oder? War'n, zwei Treffer. Stur-Man, Stur-Mann. Hab' ich doch gesagt. Der scheiß Boss ist da. Ja. Oh, ich werd' getroffen. Ne, zwei Treffer. Cool. Ich weiß grad' nicht, wo er ist. Was ist der Boss? Weiß ich nicht. Ich hab' nicht'n Guard getötet. Oh Gott. Oh nein, da kommt einer. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Du weißt nicht mal, wo sie sind, ey. Ich sollte mir mal'n Propital auf die Kurzwahl machen, weißt du? Oder den du da rumklicken musst. Mich hat ein Spieler getötet. Okay. Ne. Was? Ne. Das ist kein Spieler. Klar, das ist ein Spieler. Was ist das sonst? Nein, ein Spieler wäre gelb. Nein. Gelb ist ja nur, wenn er die... Das ist ein Skev. Ist ja nicht nur gelb, wenn er die EFT-Version hat. Das ist aber ein Skev. Dann ist das ein Spieler-Skev, oder was? Ne, um die Uhrzeit doch noch nicht. Das war ein Skev. Sonst würde hinter dem Skev-Namen noch ein Spielername stehen. Ist dieses Zeichen... Echt? Ja. Ich hab'n Guard getötet und vier Skev. Ja, dann war das ein Guard. Weil Spieler können kein Netzzeichen im Namen haben. Okay. Eine Runde, ey. Oh, böse. Das war ja böse. Das war ja böse. Äh, wir machen kurzes Aufnahmepäuschen und sehen uns im nächsten Versuch. Bis gleich. Da sind wir wieder am Stissel. Zweite Runde. Wir sind wieder... auf Woods. Sauerbraten. War das letzte, was ich vor der Aufnahme gehört hab. Ja, ist auch geil. Sauerbraten zu Weihnachten. Sag mal, wo sind wir hier? Irgendwo im Norden. Sind wir im USEC-Lager oben? Wir sind im USEC-Lager. Ja. Willst du es looten, wenn wir schon hier sind? Nicht auf die Sandfläche. Ja. Möchtest du es looten? Ich kann sowas looten. Ja, ne. Wenn wir schon hier spawnen. Oh. Wahrscheinlich alleine. Hier geht's glaube ich, ne? Ich glaube auch. Ah, darf man sowas fragen überhaupt? Meinst du wegen Jinxen? Hm. Ja, hier geht's. Wir müssen die Augen und Ohren ein bisschen aufhalten. Ist es dämlich von uns, dass wir als erstes hier hingehen? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie schon, ne? Um uns herum wird geschossen. Und wir sind so lootgierig, ey. Wir wollen eigentlich nur ne Kamera platzieren. Wo bist du? Ach, da bist du. Jetzt verkehrt man das andere Lager. Ich sehe da niemanden. Das heißt nicht, dass hier keiner sein kann, ne? Auf jeden Fall war die Kiste ja leer. Ich habe jetzt das dritte Mal ein Visier gefunden, was ich... Also ich habe jetzt dreimal das gleiche Visier gelootet. Verrückt. Was soll's geben? Oh, das Wasser nehmen wir mal mit hier. Ah, hier ist ein Splint. Ah, mitnehmen. Sie soll ja auch mal irgendwo ein Ledex liegen. Ich habe noch nie einen Ledex... Ich habe das Gefühl, der Spieler kommt näher. Schießt du um Angst zu machen, oder was? Nein nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt in deine Richtung, würde ich sagen, ne? Ne, wir müssen eigentlich genau in die andere Richtung, ne? Wolltest du zu Berg und dann runter, oder wolltest du... weiter rechts lang? Also Sägewerk wäre jetzt genau in die Richtung, in die die Schüsse kommen, glaube ich. Rechts am Berg vorbei, quasi. Ja, das machen wir. Geh du mal nicht vor. Ich glaube, ich habe zwei Laser an meiner Waffe. Das war versehentlich. Einen roten und einen blauen, ey. Ich bin wie so ein... Jedi. Das ist doch ein Skepp, oder? Oder sind die vom Banty Schüsse? Hehe. The day before, möglicherweise. Ne, ich finde die Schussreihenfolge zu gleichmäßig. Jetzt war er anders. Über uns? Links über uns, glaube ich. Kann auch der Sniper gewesen sein, ne? Klang schon eigenartig. Ich bin rechts vor dir, schräg vor dir. Hinter mir. Ne, vor dir. Also parallel zu dir rechts. Ja, okay. Das war Granaten, also ist aber definitiv ein Spieler dabei. Das war der Sniper-Skepp, oder? Ich glaube, wäre das nicht... Ja, doch. Den kann man schon mal sehen. Jetzt läuft er weg. Nichts so nicht. Einfach weit weg. Ich habe keine Ausdauer. Kannst du drauf schießen? Oder ist dein Wieschen nicht so weit? Ich habe einen 2, aber ich sehe ihn auch nicht wirklich. Also ich habe einfach keine Sicht auf ihn. Ist ja weiter rechts da oben. Du siehst meinen Stream. Ich sehe ihn. Da oben auf dem Berg war, ja? Hm, ich gehe noch mal kurz, dass ich die Posi... Das ist der Stream nicht. Ich versuche meine Posi ein bisschen zu verändern. Er ist halt weit weg. Weit, weit weg. Ich muss erstmal Ausdauer herstellen. Für die Waffenhand. Ich gehe noch mal. Ich sehe nicht mehr. Doch, da ist er. Ich habe ihn. Hab ihn. Du oder ich? Ja. Wir werden es nachher erfahren. Ich habe gerade gesehen, wie krass der Bullet Drop ist, ey. Heavy Metal. Okay. Jetzt ist es auch leise, ne? Ja, aber der hat ja auf irgendwas geschossen, ne? Der war ja... Ich bin links weiter. Überm Sägewerk auf so einem Hügel. Schon so weit, oder wie? Ja, ja. Hier, da ist der Berg bei mir im Stream, siehste? Und da unten ist das Sägewerk. Wie weit links bist du denn schon? Ja, ich wollte ja auf den Sniper schießen, von dem du gesprochen hast. Ich höre dich laufen. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es gleich auf uns schießen. Welche Richtung gehst du gerade? Einen, ich bin, geht zum Sägewerk einhügel. Hier liegt auf alle Fälle einer. Das ist Geff. Ist das der Hügel? Ist das der Hügel? An dem Hügel liege ich, an dem Hügel liege ich, ja genau. Ich bin tot. Von wo? Weiß ich nicht. Ich hab einen Sniper erpischt. Fuck. Das läuft ja hier heute, ey. Hamburger, please. Mein Treffer in den Kopf. 5,45er. Warte mal, ich höre ihn. Warte mal, ich höre ihn. Der läuft hier irgendwo. Ich höre gar... Nicht wahrscheinlich. Ne, ich höre ganz leises Schleichen hier rechts über mir irgendwo. Ich kann mich jetzt nicht bewegen. Ich bin... Hast du einen Blick auf meine Leiche? Ne, ich weiß ja nicht genau, wo du gelegen hast. Ich weiß, da ist der Hügel. Ziemlich mittig, ziemlich mittig vorm Hügel. Rechts von mir wird geschossen, rechts hinter mir. Ich höre ihn laufen. Wenn ich mich für Wege raschle, ich... Das ist richtig scheiße gerade. Geh bitte Loot hin, damit ich dich sehen kann da hinten. Ach so siehst du mich glaube ich nicht. Ich müsste ein bisschen weiter rechts... Ja, aber ich sehe... Okay, aber ich sehe ihn doch dann durchlaufen hier. Okay. Oh, ist das kacke. Immer mit der Ruhe. Hast du nicht gesagt, du bist mittig an dem Klotz? Ja. Wann wäre das? Auch da ungefähr. Ich kann den Klotz kaum sehen, das sind Bäume davor. Hm. Da lag schon Skeff und ich bin zu dem Skeff gegangen. Das war er, oder? Ja. Wahrscheinlich eher gelutscht. Das ist eine Scheiß-Pose, aber egal. Ich habe ihn dreimal getroffen. Oh. Oh. Echt, du bist wie so ein... Oh, der ist auch echt scheiße, der Typ. Wieso? Oh, weil er laut ist ohne Ende. Springt ja... Ich. Also mein Charakter. Ach so. Ich habe den Ton ja nicht an. Au, jau. Ich liebe das, wenn man mit Sniper geht. Und ich weiß von wo. Immer so plötzlich sterben wie ich, ne? Unten der Holzstapel am Wasser, sagst du, ne? Mhm. Das ist so eine Plattform, so eine Holzplattform. Da muss ich auch... Und ich weiß nicht, wie ich hier drin bin. Hm. Ich freue mich, weil der Typ irgendwo hinter mir ist, oh scheiße. Sehr gut. Meine Güte. Ist jetzt der Boss hier immer oder was? Waren das nur Skeps? Das weiß ich auch nicht. Kann doch sein, dass es nur Skeps war. Ich war der Meinung, da oben Schritte gehört. Guck mal mein Stream, ist das da unten eher links oder eher rechts rum? Direkt zwischen den Hütten. Also direkt geradeaus durch. Hier runter, ja? Ja. Schau dich an, wie viel Ruhe der Mann hat. Eben nach Schritte gehört und jetzt so. Die Schritte waren ja über mir. Da hat er ins Griff gequatscht. Hm. Weiter. Ist das schon wieder der Boss? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. stehe da. oder? Mhm. Jetzt kommt ich da. Jetzt sind wir ein. Das ist das, was wir noch nicht machen. Obwohl, bis das ist. Das ist der Dichter. Das ist der Dichter. Das ist der Dichter. Du bist der Dichter. Das ist der Dichter. Denkst du auch noch einer? Oder hörst du es dich bei mir nur so an? Da sind es zwei. Meine Güte. Er fliegt sich erst mal seinen Arm wieder dran. Ja. Oh Gott. Ja. Das hast du ja. Hächelt ein. Ne. Da hächelt einer. Also wenn ich das bin, ist es sehr verwirrend. Ich weiß nicht. Es klingt bei mir, ich weiß nicht ob der Ton bei mir Stereo übertragen wird, aber es klingt links von dir bei mir. Schimmst du mir zu? Ich habe das Gefühl da vorne vor mir. Hört sich das an. Aber vielleicht bin auch ich das. Vielleicht ist doch du das. Es wäre aber sehr verwirrend gerade der Sound. Und ja. Und ja. Irgendwann musst du doch noch hächeln oder? Da ist ein. Ich glaube da ist noch. Da muss auch ein zweiter gewesen sein. Jetzt höre ich ihn rechts von mir. Der muss direkt vor dir liegen oder was? Der muss direkt vor dir liegen oder was? Oh ich werde irgendwo besnipet. Rechtshunter, rechtshunter, rechtshunter. Da hin. Warte mal. Genau. Es läuft ja über mir. Das gibt es doch nicht. Ja. Was war denn hier los? Sag mal ey. Dieses Sägelwerk ist ja gerade mal so richtig. Weißt du. Es gibt Tage, da kommst du rein. Da ist gar nichts da. Und dann kommst du rein und da ist irgendwie eine Party ey. Ey. Ich kriege mal aus Mord, wenn wir selbst als Skeff da hingehen. Daddy Diox. Ja. Ich hatte halt noch Glück, dass da ein Dings war. So den Sniper oben auf dem Berg. Und dann noch fünf Skeffs. Einfach nur normale Skeffs. Aber eine Menge Skeffs. Wir versuchen es weiter. Ich sag auf jeden Fall für die Folge vielen Dank fürs zu gucken. Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschaui.